Hi und willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal, und zwar zu einem kleinen neuen Projekt, und zwar Sea of Thieves. Ja, wird bestimmt mega beschissen. Viel Spaß. Matti, Matti, du hast deine Aufgabe komplett verkackt und es geschafft, dass hier unten ein Loch übrig bleibt. Ich sollte nur Wasser rauspumpen. Mehr pumpen hätte ich gesagt. Matti, wenn du Wasser rauspumpst, dann heißt das gleichzeitig, dass da irgendwo noch ein Lack ist. Achso. Und wenn du das nicht stopfst, dann kommt immer mehr Wasser nach, du vollidiot. Ich geh Wasserpumpen. Noch jemand da? Ich glaub nicht. Das Spiel ist nicht so viel, jedermann. Und wie gesagt, morgen könnte man Minecraft kriegen. Maddox, kannst du mich an den Anker kümmern? Ich seh nicht, wann wir lichten müssen. Weiß ich nicht. Warte. Also, Linda, wenn das Spiel ist, ist ja auch nichts für dich, wie du meintest. Oh nein, du willst noch ein machen? Ähm, gleich, aber das ist erstmal... Musst erstmal Bretter suchen. Wir machen gleich noch ein, Maddox, gleich. Oh nein. Matti, du erlebst direkt in den ersten paar Spielstunden etwas mit. Anker! Anker, ja, ich geh ankern. Hab's doch, das ist gut. Ich lenke weg, ich lenke weg. Wir krachen auf, wir krachen auf. Nein, krachen wir nicht, Mati. Malte, sehr gut. Alter, so ganz glücklich. Wie lade ich nach? Weiß das wer? Nee, Paul ist auch nicht mehr lade. Ist halt, ist nicht zu nice. Also ist nicht wie jeder... Malte! Oh mein Gott! Malte! Malte, hab ich das gut gemacht. Leute, wie lade ich... Ich hab das immer... Ich hab immer noch keine... Leute, könnt ihr mal... Kisten und die... Damit lebt's halt einfach nach, guck mal, Idiot. Mati, geh auf die zweite Etage, wo der Kartenraum ist und danach geh in die Ecke, wo du dich eingekleidet hast. Da müsste dann irgendwo eine Kiste sein, wo Munition ist. Dann klickst du einmal drauf und dann wird alles direkt nachgeladen. Ja, Ausrüstungstool, ne? Nee. Na, Munitionskiste heißt das Teil. Ah ja. Aua. Explosionen? Sehr schön. Ich komm euch... Ich komm euch retten, Leute. Äh, aber ich bleib, äh... Nach... 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 Muss ich doch genießen. Ja, okay, gut. Ich geh kurz holen, ne? Schatt. Aber wie gesagt, die Optik ist nicht zu schweißig, du musst nicht bleiben, wenn du nicht willst. Ganz gerne morgen bei Minecraft dabei sein, das wird episch. Also wahrscheinlich nicht, aber... Ja. Vielleicht auch hier. Leute, ich bin jetzt hier, was mach ich denn da jetzt? Warte einfach, warte. Gute Idee. Doch. Ne, ne, ne. Wenn du davon so überzeugt bist, dann gerne. Warte, warte, zeig mal die Karte. Zeig mal die Karte. Zeig mal die Karte. Die Karte. Die Karte, okay, warte. Sonst bin ich bestimmt tot. Das ist... Moment. Ui. Da ist dieser komische Bereich da drin. Warte, ich muss mal von so hier drin. Zeig mal auch mal. Zeig nochmal mal. Ja, die Karte selber, Mann. Die haben die Karte selber. Wo denn? Wo denn? E. E. Welche denn? Hier? Das sind mehrere Karten. Ach so, die hier wird es sein, ne? So. Warte mal, ähm. Aha, ich gehe mit den Schatz suchen. Dort. Ein Mod muss hier doch Stellung halten. Warte mal, warte mal, warte mal. Chris. Hier irgendwo muss einer sein. Leute, ich glaube, das ist die falsche Insel, ne? Nein, hier muss einer sein, Alter. Das ist die falsche Insel. Ich glaube. Das passt nämlich irgendwie alles nicht. Hier müssen ein paar Brücken mehr sein. Glaubt, das ist die falsche Insel? Warte mal. Das ist die falsche Insel, Leute. Wollen das noch sein. Das ist die falsche Insel. Die falsche Insel. Ich gehe zurück an Bord und lichte den Anker. Ja, an Bord, Leute. Wo ist das Schiff? Nicht da. Ja, direkt vor uns. Gut. Geh mal hoch. Geh mal hoch, oder? Dann gehen wir jetzt. Wer weiß, was wir jetzt machen, ne? Freut ihr dich? Ja, natürlich, Mami. Oh nein. Ich bin runtergefallen. Ich bin los. Ich bin drauf gelandet. Okay, Anker nicht, bevor Mati hochkommt. Oh nein. Traybox, helfe, helfe, helfe. Ah, ich bin schneller als ihr. Nein, scheiße. Ich gehe kurz an Steuer und komme nicht rum. Ich lenk weg. Ich kann das Lenkant nicht bewegen. Doch, ich kann das Lenkant bewegen. Martin, weg vom Lenkrat. Mann, ich will auch mal lenken. Ich warte später. Siehst du so hässlich aus. Kannst du die Segel ausrichten? Ich mach. Wie geht das? Ja, ja. Weiß ich genau, wo der Wind... Ah, doch, ich sehe den Wind, aber das ist stressig. Leute, sieht irgendwer den Schädel? Alter, ich muss jetzt Wind ausrichten. Was? Sieht irgendwer den Schädel, Leute? Gründer, ich muss erst... Ah, ne. Glaub ich, ich packe das jetzt gegen den Wind. Nein, ich sehe keinen Schädel. Oder? Ist das jetzt gegen den Wind? Ich bin mir sicher. Ich glaube, die sind jetzt da dran, ne? Ähm. Ich bin mir... Glaub ich, ich stelle das gegen den Wind gerade ein, das Segel. Irgendwie so ein großes Piratenchiff oder sowas. Ne, der Schädel ist weg. Die looten das schon. Gut. Okay. Dann... Warte mal. Irgendwer anders muss sich kurz ums Schiff kümmern. Ich gucke mal, ob irgendwas ist. Ich krache gegen den Berg. Merkst du, Martin? Niemand hat gelacht. Was gibt's mehr, Docs? Hm? Was gibt's? Warum klingelst du? Weil es kann. So. Ey, Leute, ich sehe ja gar nichts. Das ist ja nicht gut. Ja, Martin. Warum sehen wir denn nichts? Ich will die Leute eigentlich an dem Haus sein und sagen, wo's lang geht. Das ist eine voll coole Insel. Oh, ich will auch gucken. Ich bin... Kann ich übrigens... Ich glaube, ich hab den Wind falsch ausgerichtet. Kann das sein? Ja, Matthias. Ich kümmere mich drum. Okay, gut. Dann muss ich das zum Glück nie lernen. Das ist ne Geek... Das ist ne Feindinsel. Da sind Skletten, ne? Ähm. Binder. Okay, wir gehen an Bord. Wo... Wo ist was? Geradeaus. Irgendwie stressen wir, dass das Schiff schräg ist. Äh, also. Ich geh jetzt erstmal eine Truhen durchsuchen. Hier ist hier was schmackhaftes drin, ne? Holzfass ist leer. Das ist ja nicht gut. Martin, wir müssen das ganze geile Zeug dann da mitnehmen, okay? Ich nehm Alt mit. Gut, ich komm mal in Land. Marodeur. Also, warte mal. Hier im Puk ist ja noch ein Watter. So, jetzt, jetzt, jetzt sind wir... Ich glaub, das sind Feinde. Ja, ich hab auch gesagt, dass da Feinde sind. Ja, aber da warst du dir noch nicht ganz sicher, Matthias. Doch, ich hab gesagt, das sind Skletten. Ja, 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 da ist ein Logischlöcher. Gut. Okay, lass erst mal über den Rand rein. Rand ist in welche Richtung? Ah, da. Ja, Anker runter und dann hoch da. Also, ich hab den Anker nicht gelichtet, ist das schlimm? Ich hab den Anker gelegt, weil du dumm bist und ich wusste, dass du dumm bist. Diese Logik ist unbegleitbar. Diese Schlange im Wasser juckt sie absolut nicht. Das hab ich heute beim Video gesehen. Wenn wir Musik spielen, wird sie ruhig. Hier ist ne Munitionskiste gleich, nice. Danke für die, dass ich ignoriert wurde. Ja, warte, die kennst du doch. Maddox, bist du morgen bei MC dabei? Vormittags nicht, leider. Oh, du Arschloch. Ey, was ist das? Morgen MC ist schon wieder. Minecraft, morgen? Ja, läuft der Server wieder oder ist da irgendwas Besonderes? Ne, einfach ganz normal Minecraft. Server will ja Anton noch hinkriegen, aber ich zweifele daran, dass es klappt. Was soll mit der Z... Ich will auch rein, ich will auch. Ha! Arschloch. Wir sollten immer ganze Bretter und Kanunekümmel aus den Fässern mitnehmen. Ich bin überall jeden Tag geflogen. Scheiße, weh doch. Hier blinkt was, guck mal. Irgendwas Rotes. Rot, das kann sein, dass entweder ein Rubin ist oder ein Kopf. Ne, das ist so ein komischer schwarzer Block mit roten Kristallen drin. Geh her. Moin Leute, Malmex hier. Schwefel-Schatulle. Wird da ziemlich laut, Maddox. Gar nicht. Wenn super ein Griff funktioniert, nicht. Stressig. Da ist er. Ahne, Malte. Da ist er bei mir. Ne, hat mir jetzt nicht so geklappt. Egal. Bombsklärt, 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 das will den Terroranschlag machen. Terroranschlag, ich komm mit. Hab's. Das war die dabei. Drei Leute, Moinmex hier. Absolut. Absolut geile Sache. Ich hab den Zoom verkattet. Egal. Alter, ich bin so dumm, ne? Ich puste jetzt rein, Leute. Ich mach die alle fertig. Dieses Set. Hoppa, hoppa, ich bin hinter dir. Kann man die markieren? Nein, kann man nicht, Martin. Ach, scheiße. Aber ich kann die, ich kann die snippen, ne? Ne, guck mal, das hier ist vom Halloween Event. Ich hab ein Sklepp gesnippt, aber es lebt noch. Schlimm, wirklich. Ey, ist ja voll groß, sind ja voll viele Buben. Und Buben. Warte, loot die Fässer, Alter. Ach so, ich hab nur ganz schön, eigentlich ist es fast gesehen. Ey, ich hab ne Kiste gefunden. Wo? Hier, ganz oben auf dem Berg. Dann bring die an Bord. Warte. Truhe des Seefahrers aufnehmen. Hui, ich spring ins Meer, ich bin bestimmt tot. Ein Glück, ich bin nicht tot. Oh, hier sind die Teile wieder her, oder? Ich ruhe mir mal eh mal Abendessen. Guten Hunger wünsche ich. Wenn ich in der Schmutzschule spinne. Kugel das erste Mal beschissen. Also ich war Trink, ja. Wo ist denn das Boot? Leute, ich sehe unser Boot nicht, ist das schlimm? Wollen wir auch nicht weiter. Aber klug auch nicht. Ich sehe unser Boot immer noch nicht, ne? Ah, hier ist ein Sklett. Hilfe. Hier sind zwei Sklett, die mich jagen. Ist das gut, ne? Doch, sehr gut. Aber du stellst sie noch hin, machst nichts, sodass ich töte. Danke. Können die schwimmen? Nein, können die schwimmen. Was macht er jetzt? Nein, 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 nein. Die haben Shotguns. Ich komme euch gleich helfen, Leute. Jungs, ich komme euch helfen. Jeden Moment, ich muss kurz die Kiste ablegen. Ich kann die einfach aufs Deck legen, ne? Ja, einfach aufs Deck legen, Leute. Wie seid denn ihr jetzt da? Ey, man schwimmt so langsam. Ist der euch runtergeschossen mit der Kanone oder was? Ich bin einfach so runtergegangen. Warum brennst du, Malte? Ich habe mich an die Luft gejagt. Was haben wir in Lahlen erst grüßen? Ich bin jetzt.